Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play von Happy Wheels. Ja. Ähm. Was soll man da zu sagen? Manche Leute haben es wohl noch nicht gescheckt, dass man jetzt... Ach, vergisst das. Weil die haben sie wahrscheinlich die späteren Folgen noch gar nicht gesehen, von daher. Wayne! So, wir gehen jetzt zum nächsten Level, und zwar, Vampirums hat sich gewünscht. Das Drachenherz von Xerox Vierer. Also, also Dragon's Heart. Aber, da wir ja eingedeutscht sind, kann ich es auch gleich mal übersetzen. Und, wundert euch nicht, dass ich gerade nicht so... ...maa... ...nicht so ordentlich reden kann, denn ich hab Halsschmerzen. Das ist nicht so... ...nicht so schön. So, the Dragon's Heart. Da haben wir's doch. Ei. Oh, bitte, bitte, halten Sie mir! Nein, bitte nicht! Achtung! Hälf! Nein! Nein, bitte! AAAAAAAA! 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 Oh mein Gott! Wie geil ist das denn gezeichnet? Ich will ins Drachenmaul. Auf ins Drachenmaul! Oh, jetzt sind wir im... OOOOH! Lass! OOOOH! Dood! Mane! Jetzt auch mal! Ah, weh, weh, meine Eier sind wieder weg! Jetzt kann ich nur noch so reden! Tralalalala! Oh Gott, meine Eier sind wieder weg! Oh Gott! Oh oh! Warum sieht so... OOOOH! Wie soll man das denn schaffen? Ich mein, man wird hier ja... Alter! Wie soll man das denn schaffen, bitteschön? AAAAAAA! UPSALA! Der lebt auch noch! Ähm! Durchspießt... In seiner eigenen Hölle! Und dann lebt er auch noch! Und warum gehen hier wirklich Treppen hoch ins Maul? AAAAAAA! Nein! 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 Das ist doof! Ich muss den... Ich muss dieses Bein verlieren! Das ist mein Weg! Geht doch! AAAAAAA! Los, Körper! Wie soll man das denn überleben, bitteschön? Das... Das geht doch gar nicht! Alles schön und gut gezeichnet, aber wie soll... Meine... Meine Skills reichen dafür nicht aus? Eindeutig nicht! Das ist ja... Boah! Unfair! Hm. Äh. So weit. Das ist vorbei. Okay. Okay. Okay, nein! Hey. Achtung! Bumme! Bumme! Achtung, Kind! AAAAA! Fuß! Oh Gott! Wieso... Muss ich nur hier eine Akte wegbringen? Oh! Das ist eine Mühle. Wie soll man das denn schaffen, in weniger als 0,5 Sekunden? Aha. So. Das ist eine Mühle. Ich gebe doch! Hallo? Wäre es nicht schon schwer genug gewesen, einfach nur dieses Scheiß Ding da hinzupacken? Oh Mann! Genau! Oh! Äh! Aus dem Weg! Und leise! Wah! Spring! Okay. Wenn es dir nicht die Eier erwischt, dann woanders anscheinend. Aua, aua, aua! Weg da! Geht doch! Hier ist es... Wieso ist hier blau plötzlich? Da ist das Drachenherz. Davon lassen wir uns doch nicht... Oh. Ähm. Ich müsste da mal rein. Hör! Ich muss da rein. Geht doch. Okay. Ich bin bereit. Feuer! Tja. Ich glaube, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschissen worden. Also, am Ende. Irgendwie. Da fehlt nämlich noch der Magen eigentlich. Wahrscheinlich sind wir einfach durchgeknallt, weil wir das Herz... Ach. Scheiß drauf! Warum ist hier keine Mucke? Was soll das? Was für Fehler ist aufgetreten? Nichts Fehler! Was soll denn das? Mein Gott! So. Geiles Level. Muss ich schon sagen. Fünf Minuten haben wir damit verbracht. Ja. Wie kann man nur bitteschön in dieser Jahreszeit... ...ne Halserkrankung sich zu ziehen? Mr. ReallyLP hat sich gewünscht. The red level von... I want to kill everybody. In the world. Au, ba, au, ba, 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 ba. Ja, äh... Ist das so? The red level? The red level. Wo haben wir es denn? Ach ja, stimmt ja. Das war ja dann vom anderen. The red level. Pink, orange, pink, orange, yellow. Tinky, purple, black, green, white. Alles da, nur da. Ich hab's gefunden. Oh, ein bisschen laut, ne, die Mucke. Da bist du. Alles klar, Kind. Meinst du, dass du sicher hier? Ach ja, Papi, das wird schon nicht. Das wird schon alles in Ordnung sein. Ah, ah! Boah, das ist doch weh. Au, au, au! Ah, Kind! Ah! Slow. Fuuuua! Boah. Man sollte meinen... Meine Stimme bliebe hier verschont, so wie ich rede, leider. Das ist echt... Das ist schon härter als Sport, was je als staaabbt! Ha, ha, ha! Das war aber ganz schick, knapp, du Kind. Na ja, wenigstens haben wir's geschafft, Bach. Okay, äh, bitte nach oben gegangen. Jo, der Jopra. 13.2 mit dem Jopra 1.902. Herzig gewünscht. Mega Swords Road 3 von Koti, Ataki. Haben wir, glaube ich, sogar schon gezockt oder auch nicht. Na, nicht, ich guck mal nach. Ja, das haben wir schon gezockt. Sorry, dafür habe ich vergessen zu löschen. Was passiert? Der Yannoman! Na, warte, wir sind bei Mr. Jean Let's Fun. Ah, Mr. Jean Let's Fun hat sich gewünscht. Harpoon yourself! What? Fun. Wahrscheinlich ohne Doppelfunk, sondern einfach nur Weak. Mal spannend. Harpoon yourself! Hört sich aber nicht gesund an. Was? Nochmal! Scheiße! Grab the Harpoon in the air. Hua! Habe ich versucht! Geht nicht! Au! Oh! Dann halt so! Yes! Wow! Yeah! Yeah! Also, ich hänge hier, glaube ich, richtig, oder? Egal! Irgendwie geschafft! 100 Punkte! So geht's aus! The Yannoman hat sich gewünscht! Plus Happy Weird Speed! Plus von Jackass69! Okay! Da! Da will auch mal zocken! Oh Gott! 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 Lebe ich noch? Oh! Wo bin ich? Hier ist nur alles schwarz! Oh! Oh Mann! Ähm... Don Jones hat sich gewünscht! Hard Donation von Taco Party Extreme! Hatten wir, glaube ich, auch schon eine Wille! Oder? Nein! Das hat man ganz sicher nicht! Oder? Nein! 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 Ich kann mich daran nicht erinnern! Ich bin das Herz! Ich... Hier, hier rum! Wieso sind dort Stacheln? Das macht mir doch nichts rum! Au! 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 oh gott ich war wunderschön aber auch so entsetzlich grausam brutal gameboy 483 hat sich gewünscht to school outdoor happiness yeah okay happiness yeah to school damit doch auch ja das ist ja ja zur schule genau kind nein kind du sollst zur schule kommen und nicht weg rein mensch kind 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 wo bleibst du denn ich sagte es doch schon immer wieder dass das kind zur schule soll und diesmal sollte es wirklich zur schule und ich hab's nicht dabei warum bin ich überhaupt noch weiter gefahren scheiße tja so viel dazu wer du sagst jetzt wieder ein fehler sagst du ein fehler nein sagst du nicht sehr schön ice killer 00 hat sich mein 00 hat sich gewünscht mario gold ist von gringon gold edition okay hört sich nach spaß an ich nehme die brodtypen hua ah oh gott muss man aber teilen da kann man schon nicht so sagen da er tot ist ich bin auch nicht mein Pilz man bekommt ja immer so ein Pilz und dann wird man größer aber hier ist das nicht der Fall so ein Scheiß ich häng fest Scheiße Davon lassen wir uns aber nicht mehr irren Oh dieser Schmerzen Oh Gott Äh, what? Sollte das Level überhaupt schaffbar sein? Das ist mir egal, ich werde es schaffen Uiuiui Huah Yes, geschafft Scheiße Los Herz Siege für mich Nein Nein Fahrzeug Was im Weg Scheiße Oh oh Gott Dammit Uuuuuh Ja, oh nein Fuck Jetzt aber Huja Huah Huah Nein, 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 spreng weg 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 Gut Jetzt hier vorsichtig Wusch 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 Ich sag auch noch Wusch Um abzustempeln wann das Ding kommt und mach genau dann wo ich wenn es kommt Äh, voll, äh, ich meinte äh, dann ist es Ah Kacke Ich darf dieses Level Ich werde dieses Level schaffen Mu Ich bin deine Kuh Mu Mu Nein, Moment Ich bin der, ich bin der Peter Nein Ich war Joachim Scheiße Nein Ich, 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 ich Ich muss nur an mich glauben Glaube an dich Nicht so Huah Okay, okay, okay Jetzt aber Nein, 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 nein Roller, roller Nein Gott Die Sterne sind mir im Weg So Geschafft Ja Warum auch immer das explodiert Jetzt Nein Boah, das Ding startet zu langsam dafür, dass man das Oh, wieso man das denn abschätzen Oh, wieso man das schon Ah Ah Gott Nein Nein Ich muss einen anderen Charakter dafür nehmen Papi sind wirklich sehr richtig Ja, mein Kind, wir werden hier schon irgendwie Wichtig sein Oh Gott Oh Gott Hopla ich hoffe das schnurrt kei also wieso hat das rad überlegt also in dem sinne kind du schreist komisch ich bin ein kind ja habe ich doch gesagt du schreist komisch wir schaffen dieses level dieses level werden wir noch machen ja oh gott oh ja will ich lebe noch mein kind nein 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 Nein! Scheiße! Nein! Das ist doch nicht wahr! Blödes Scheißkind! Warum musstest du sterben und bist nicht reingefetzt? Oder sonst derartige Gliedmaßen? Aaaaaah!